Hallo ihr Lieben! Wie gestern bereits versprochen, schauen wir uns heute unseren Glühweinstand, die Pferde-Eisenbahn, noch mal genauer an. Die Montage ist bereits erfolgt. Morgen beginnen wir dann mit dem Innenausbau und der Maler kommt für den letzten Anstrich vorbei. Aber was wäre ein Glühweinstand? Ohne Glühwein! Wir präsentieren euch heute den neuen Glühweinbecher der diesjährigen Wintersaison. Doch bevor wir das tun, schauen wir uns an, wie die Pferde-Eisenbahn heute Morgen hier bei uns in Berlin angekommen ist. Und dann ist es soweit. Eines unserer Highlights hat den Weg aus Ruppichteroth bis zu uns auf den Kaiserplatz geschafft. Nach dem Abladen der historischen Pferde-Eisenbahn wird sie vor Ort montiert. Das bedeutet, die Sitzbank, die Geländer und das Podest werden an ihren angestammten Platz bewegt und fest verschraubt. Parallel dazu finden in der Werkstatt die letzten Vorbereitungen für das finale Aussehen statt, entscheidend hierbei die richtige Farbauswahl, hinter der die jetzige Grundierung verschwinden wird, das passende Design der Schriftzüge und diverse Applikationen sowie Verzierungen. Noch jede Menge Arbeit, bis die Restaurationsarbeiten unserer historischen Bahn am Samstag abgeschlossen sein werden. Neben den bisherigen Motiven könnt ihr in diesem Jahr euer Heißgetränk auch aus unserer neuen Wang-Tasse zu euch nehmen. Das wollt ihr bestimmt nicht alleine tun, deswegen lasst uns in den Kommentaren unten wissen, mit wem ihr in diesem Wintertraum gerne ein leckeres Getränk zu euch nehmen wollt. Das war's für heute, ich hoffe wir sehen uns morgen wieder, bis dahin bleibt neugierig. Zum Wohl!